Sollte ich es sogar du sagen. Was ist denn von Ränder aufgezählt? Klopft! Scherberstein in Papier. Der gute alte Stein, der gute alte Stein, der gewinnt immer. Wie ich mir denken kann. Fußballer mit S, Nachname. Fußballer mit S, Schulz. Sollte ich es sogar du sagen? Ich muss es sogar du sagen. Ich bin ich komplett aus dem Konzept. Sag du. Machen wir das nach der Heu. Hoffentlich ein Fußball-Thema. Ich spiele gegen Professor Fußball. Mir wäre auch nur Schulz eingefallen. Fußball-Stammbäume seit 1930 kennst du. Fußballer mit M. Na klar, komm, auf geht's. Moukoko? Mouké. Meier? Müssen es von Dortmund sein? Müller? Österreich. Kriege ich jetzt mal einen Schmelderpunkt dazu, oder? Nein, 3-1. Ach, 3-1. 3-1. Meine Fresse. Müller und Meier, kannst du dir gefühlt sagen. Meier ist sowieso Müller und Meier. Da haben wir fast nicht zu. Fußballer mit S, Sagadou. Titel, die der BVB gewonnen hat. Ja, im Pokal. Dann muss ich mit Ja. Champions League, Meisterschaft. Ähm. WV-Pokal? Weltpokal? Ne, der Pokalsieger. Ja. Das stimmt. Und Weltpokal und Supercup. Ja. Wimbledon-Sieger. Männereinzel. Ivanisevic. Becker. Federer. Nadal. Djokovic. Murray. Ich möchte, dass die alle überprüft werden. Ich möchte, dass jeder Einzelne überprüft werden. Engels wäre noch gewesen. Na, meine Güte. Auf geht's. Deutsche Meister. Bayern. Dortmund. Werder Bremen. Stimmt. Ich bin echt schlecht. Ich bin echt schlecht. Ich bin echt schlecht. Professor Fußball, Bundesliga Torschützenkönige, bitte. Aiton. Na ja. Lewandowski. Ziel Zukunft auch. Haaland. Klose. Müller. Gerd. Klar. Wer sonst? Klar. Der Bomber. WM-Gastgeberländer. Wow. Russland. Südafrika. Italien. Mexiko. Argentinien. Brasilien. Deutschland. Endlich mal. Endlich mal. Sieben. Aber das weiß ich nur, weil ich viele Länder aufzählen kann. Du hast einfach Länder aufgezählt. Könnte man eigentlich für Japan, Südkorea, zwei Punkte bekommen oder einen? Einen. Ach, der hat nicht mal Luft verschwindet. Österreichische Bundesländer. Wien, Vorarlberg, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol, Steiermark, Burgenland, Salzburg, Kärnten. Haben wir noch was? Neun von neun. Wow. In neun Sekunden. Das war richtig 0,9 gewesen. Neun in neun. Du hast auch noch Länder aufgezählt. Ja, ey. Das sind gleich gemacht. Aber ich habe, glaube ich, nicht neun aufgezählt. Na ja. Ist jede Antwort ein Punkt? Ja. Ehemalige BVB-Töner. Bravo. Ähm. Terzic. Favre. Dann. Ottmar Hitzfeld. Ähm. Matze Sammer. Zum Beispiel. Peter Bosch. Klopp. Klopp. Kugel gab es auch noch. Kugel. Die zwei beiden, die sehen wir wieder nicht. Na ja. Nein. Ähm. Et voilà. Das ist kordische Bundesländer, oder? Österreichische Erstligisten von dieser Saison 2021-2022. Rapide, Austria, Hartberg, Red Bull Salzburg. Dann haben wir noch Admira Mödling. Blas Linds, Durmgaard. WAC. Zwölf in neun. Ich habe zu viel über die Aufsteiger gedacht, dann scheiße ich einfach aufzähle. Ja. Ist ja richtig gut gelaufen für mich. Ich wollte viermal sein Pölten. Ist ja richtig gut gelaufen. Endstand habe ich jetzt mit dem Koffer, aber ich glaube, Benet hat gewonnen. Knapp. Vermutlich knapp. Die Österreicher haben mir rasch gerettet. Österreichische Vokabeln wäre sowas, da hätte ich auch noch ein paar aufzählen können. Aber nein, bekomme ich nicht. Ist ja schaß. Nee, ist ja schaß. Siss.